Hier sind wir jetzt an den Teilerspitzen der Einzugstrommeln von der Großtrommelmaschine 460 Plus. Das ist aber dasselbe wie beim 475 Plus und 490 Plus. Da habe ich das Problem, wenn die Kämmer nicht richtig eingestellt sind. So wie jetzt in diesem Fall. Ich habe hier viel Luft zwischen der Einzugstrommel und dieser Teilerspitze hier. Und jetzt kann man im Feld mal sehen, wie sich das auswirkt in den Stoppeln. So wie man hier sehen kann, ich habe hier immer wieder so halb abgeschnittene oder so lange Stoppeln stehen, die nur halb so abgeschnitten sind. Das liegt halt extrem an der Einstellung der Teilerführung von den Trommeln. So der Abstand von den Teilerspitzen zu den Einzugstrommeln sollte man immer prüfen an diesen breiten Aufsätzen hier von den Teilerspitzen. Der Abstand hiervon sollte so eng wie möglich eingestellt werden. Und das sollte in diesem Bereich passieren. Wo die schmale Spitze hier ist, ist der Abstand auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Man sollte immer bevorzugt hier an dieser Seite einstellen, wo der breite Schuh aufgeschweißt ist. Um die Teilerspitzen näher heranzustellen, löse ich diese drei Schrauben. Jetzt können wir die Teilerspitzen heranschieben, so nah wie möglich einstellen und jetzt habe ich es hier ganz eng eingestellt. Wenn ich die so eng wie möglich eingestellt habe, drehe ich die Trommel durch, so nah wie möglich ran, über die ganze Breite einstellen und danach die Schrauben wieder fixieren. So, jetzt hier kann man sehen, dass das Stoppelbild wirklich sehr gut abgeschnitten ist und ein exaktes Bild darstellt. Das kann sein, nach längerer Zeit können diese Teilerführung in diesem Bereich Löcher bekommen. Das ist besonders an diesem Schuh, an diesem Schuh, in diesem Bereich hier. Und dafür gibt es heute Einschweißbleche, die ich drauflegen kann und verschweißen kann. Und da gehe ich hin, ich lege die einfach drauf, verschweiß die, hier vorne, hier hinten, von unten, fertig. So, hier sind wir im Bereich von den Teilerführungen, hier unten an dem Vierkantrohr. Und hier ist eine Stelle, wo auch Löcher entstehen können, nach einiger Zeit hier und auf der anderen Seite hier. Und da gibt es jetzt auch Nachrüstbleche, Verschleißbleche, die ich hier und auf der anderen Seite montieren kann. Bis zum nächsten Mal.